Das Frankfurter Labor der kanadischen CSA Group ist auf das Überprüfen von medizinischen Geräten, Mess- und Laborgeräten sowie Industrieausrüstungen und Haushaltsgeräten spezialisiert. Dieser Test zum Beispiel soll garantieren, dass es bei der Innenreinigung eines Kühlschranks nicht zu einem Stromschlag kommen kann. In Kanada und den USA ist dieser Test vorgeschrieben. Tests und Zertifizierungen nach internationalen Standards sind entscheidend für Hersteller, die ihre Produkte in globale Märkte einführen möchten. Unsere Kunden vertreiben ihre Produkte, kann man sagen, weltweit. Und dadurch, dass wir so ein globales Netzwerk haben, können wir natürlich den Vorteil bieten, dass wir lokal prüfen können und der Kunde kann dann international verkaufen. Das heißt, hier in unserem Labor in Frankfurt können wir natürlich den europäischen Markt komplett abbieten, aber wir können auch Nordamerika, Amerika und mittlerweile auch andere Länder wie Russland und China anbieten den Kunden. Zur Eröffnung des neuen Labors kamen unter anderem Richard Teresowski, Handelsattaché der Kanadischen Botschaft, Anja Obermann, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Frankfurt und Rainer Waldschmidt, Geschäftsführer der Hessenagentur. Dass der europäische Hauptsitz von CSA sich in Frankfurt angesiedelt hat, ist nicht ohne Grund. In Deutschland haben wir viele Kunden, viele Industriehersteller in verschiedenen Bereichen. Und deswegen war eigentlich uns der Standort Frankfurt sehr passend und sehr wichtig. Frankfurt, Hessen liegt zentral, zentral in Europa, zentral in Deutschland. Von Frankfurt aus können wir unsere Kunden lokal bedienen, in der gleichen Zeitzone, in der gleichen Sprache und sehr nah an unseren Kunden sein. Über 1000 Quadratmeter groß sind die Prüfräume im Frankfurter Osten. 50 Ingenieure und Experten arbeiten hier. In verschiedenen Laboren erfolgen zum Beispiel Temperaturtests zur Vermeidung von Brandgefahr, Umweltsimulationstests in speziellen Klimakammern oder die Dauerberieselung von Produkten im Nassraum. Die Sicherheit des Endverbrauchers ist das Ziel aller Prüfungen. Also für den Endkunden ist das ein riesen Vorteil, ein CSA-Zeichen zu haben, weil damit sichergestellt wird, dass sein Produkt auf alle Fälle sicher ist, das heißt elektrisch sicher ist, aber zudem auch die Fertigung überwacht wird. Unsere Inspektoren besuchen viermal im Jahr die Factories, wo die Produkte produziert werden, um sicherzustellen, dass auch die Produktion genau in dem entspricht, dem hohen Qualitätsstandard, den wir abgeprüft haben. Nicht ohne Grund also befindet sich das CSA-Prüfzeichen weltweit auf Milliarden von Produkten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017